Intro Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arm C2 Wir sind zurück in Dubel, ich fahre jetzt noch einmal von Dubel Orts Mitte zurück zum Dingens Und ja, dann geht es auch schon in die nächste Map, ich habe schon was schönes rausgesucht, so eine kleine Indie Map ist das nur Aber trotzdem ist sie schön, so und ich habe jetzt hier noch alles vom letzten Mal, so, jetzt sollte er umschalten Bahnhofsvorplatz, sehr schön und fahren in Richtung, ähm, Dubel in Stationen, wo wir anfangen, was voll Sinn macht Ja, macht aus dem Grund Sinn Okay, es macht eigentlich keinen Sinn, egal Ähm, ja, die letzte Episode war ein wenig was dunkel, ich gebe es zu, ich habe es von YouTube aufbessern lassen Ich hoffe, dass das okay war Wenn dann tut es mir wirklich leid, ich bin da ein bisschen was später nachts gefahren Mache ich ab sofort auch nicht mehr, das war nämlich viel zu dunkel Als Seidenmann fährt in der Stadt Naja, ich hoffe, dass die YouTube-Aufhellung da genug war So Ich habe keine Ahnung, wo die hier anfängt Ich folge hier immer noch diesen Start-Symbolen Immer noch Start Ruppel, Ruppel, Ruppel So, der Map-Creator hat auch unten schön nett drunter geschrieben Danke, dass ihr gefahren seid, blablabla Wer die Karte nicht lädt, immer darauf achten, dass möglicherweise Objekte fehlen Ja, das habe ich dann auch nachher rausgefunden Danke, trotzdem Ähm, ja Ich mache das immer gerne, ihr könnt mir gerne Maps senden Ich probiere alles gerne auch, außer einem Map-Creator Sendet mir eure Maps, ich probiere sie gerne aus Und zeige sie dann auch gerne So, die Sau, ich dachte schon, die läuft drüber Okay, ich dachte, hier wäre eine Einbahnstraße, weil die 30 da so komisch steht Scheint aber nicht der Fall zu sein So, Start ist hier lang Ui, 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 ist das hier eng So So Gerade nochmal gucken, ob ich alle Kollisionen anhabe Sieht aber danach aus 719 und Start Auch schon mal gut So, ich habe noch keinen Fahrplan ausgewählt Weil ich keine Ahnung hatte, wie weit das noch ist Aber dies sollte bossen So, da lang muss ich, glaube ich, nicht Hier einmal runter Meine Fresse ist das weit weg So, jetzt macht er wieder den Karten-Nachruckler hier Wie immer Ui Ei, 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 wird er hier schnell Ach, du Scheiße So, Start Einmal links, würde ich mal sagen Äh, genau Hier sind auch schon die Haltestellen, wo man hin muss Was steht denn hier? Dubelortsmitte, Terminus und Einstieg umschildern Und weiter Wichtige Info bei Betriebsfahrten Abfahrt an der Haltestelle gegenüber Äh, muss ich jetzt hier anfangen? Jetzt ist der mir auch noch hinten drauf gefahren So, Einstieg Dubel nur bei Schülerverkehr Okay, ja dann So, jetzt muss ich Äh, ich wollte nicht den Gang rausnehmen Ich wollte Die Polizei rufen, dass der da hinten weg geht Neun Minuten verloren So, dann gucke ich mal nach einem Fahrplan 719 Route 1 Endhaltsstelle Dubelortsmitte Nee Nee Endhaltsstelle Bad Wildbach Bahnhof Anfang Dubelortsmitte Einstieg Um 12.32 Uhr Ist es 12.13 Uhr Das ist doch gut Ähm Das müsste jetzt hier sein Genau, 19 Minuten Verfrühung So, 19 Und es ist noch ziemlich genau eine Minusche Und es sieht sehr danach aus Dass das wieder nicht funktioniert hat 719 Äh Bad Bahnhof Jetzt müssten die Leute eigentlich angetrödelt kommen Ist doch hier, oder? Terminus und Einstieg Umschildern und weiter Wichtige Info bei Betriebsfahrten Abschalt Gegenüber Müsste doch jetzt hier Richtig sein, oder? Oh, da Bad Wildbad Bahnhof Bad Wildbad Bahnhof Ja Passt doch alles Wo ist das Problem? Warum wollen Leute nicht rein? Hallo? Ja gut, dann fahre ich jetzt einfach los, ne? Bleibt mir ja nichts Jetzt wollen sie rein Meine Fresse Macht's doch nicht so kompliziert, Leute Hallo? Hallo? So, ich hoffe, ich hab diesen Schalter Ja, den Schalter hab ich auch umgelegt Dass die Tür hinten automatisch zugeht Das habt ihr mir ja empfohlen Das mach ich natürlich auch weiter Das ist nämlich bedeutend angenehmer So 719 Links abfahren Wenden nur bei Betriebsfahrten Dann muss ich hier wieder hoch scheinbar Hm So Gucken, ob wir den hier anfahren können Ich muss mal den Bahnblinker wieder ausmachen So Ich versuche momentan im Hintergrund gleichzeitig zu Whatsappen Ich muss das jetzt mal ausmachen So Muss ich jetzt hier die große Wende fahren Oder war da irgendwo eine Haltestelle? So Ganz vorsichtig So, eine Sekunde mal gerade Ich hab hier Ja, ich konzentriere mich noch aufs Feind Ich bin nur gerade im Hintergrund Boah, beides gleichzeitig machen geht gar nicht So, ich schneid hier mal gerade So Double Waldklinik Ich frag mich gerade, warum ich hier die große Wende mache Wenn man auch da unten hätte wenden können Boah Jetzt zieht der wieder von hinten Oh, beziehungsweise drückt ohne Hände Boah Oh, 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 oh Okay 719 Wildbad Wo will ich denn jetzt hin? Dann muss ich doch theoretisch Ich gehe nochmal nach Wildbad Ja, dann muss ich hier rechts abbiegen So Groß ausholen Das war zu groß ausgeholt Scheißendreck Man muss aber schon sagen So Busse sind ziemlich wendig Dafür, dass sie so groß sind So Oh, ich war auf der falschen Straßenseite Lol Okay Ja, dann auf in Richtung zurück Was? Ich hab schon wieder vergessen Ich bin echt gut im Remembern Scheißendreck Okay, egal Äh, ja Wieder auf die lange Strecke Die ist ja relativ lang Und dieses Mal versuche ich ein wenig was sauberer zu fahren Ich hab die Schlampe Robin ja hinten rausgeworfen So, hier laufen sie wieder fröh und fröhlich über die Straße Ey Meine Fresse, sind die inkompetent So Lassen Sie mich raus oder es gibt mal einen Bude Das gibt es Ich bin hier an die LVL Hat er gehört? Die beschweren sich Die sagen dann hier bei der LVL Äh, äh, äh Ich bin dumm Voll bescheuert Naja So, Dreimarkstein ist der nächste So Ich esse im Hintergrund wieder Es tut mir leid In der letzten Episode hat man mein Voll extrem gehört Ich hab auch keine Möglichkeit gefunden Das raus zu editieren Aber naja Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr Und ich darf hier wieder nicht so rasen Obwohl Na, ich will ordentlich fahren Und wenn ihr hier 80 Ja, dann gibt Pulle Okay, jetzt bin ich ganz eindeutig über den 80 Ich glaube, es macht schon Sinn Sich hier an Geschwindigkeitsregelung zu halten Weil wenn man hier einmal aus der Kurve fliegt Haben wir in der letzten Episode ja gesehen Dann, äh Ja, diese Kurven sind auch nicht uneng Ich fahre am Geschwindigkeitslimit Du Ja Ist immer noch 80 Sollte ich aber auch nicht zu schnell fahren Wie gesagt Beim letzten Mal habe ich ja immer Vollgas gegeben Aber hier die Leute in Omsi schaffen es ja immer wieder Sich über irgendwas zu beschweren Oh, 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 oh Jetzt geht's runter Vor allem jetzt wird er automatisch noch schneller Und ich weiß auch noch nicht, wo hier die Zulaufbremse bei dem Bus ist Dass er automatisch mitbremst Noch nicht gefunden Naja, ich stehe jetzt auf jeden Fall die gesamte Zeit auf der Bremse Und ich wette mal, dass die auch warm werden So, vor allem hier kommt Drei Strei Mark Steil Muss ich anhalten Da ist es So Ich glaube aber nicht, dass einer raus will Nee, war klar Dann, weiter geht's Sind wir ja genau pünktlich Zur Eijachbrücke Jetzt erstmal wieder beschleunigen hier Komm schon Okay Boah, hier geht's wieder saumäßig runter Da, wo wir uns beim letzten Mal so hochgeschleppt haben Ich glaube hier in Dobel kann man mal einen richtig schönen Geschwindigkeitstest machen Wenn man den auf neutral stellt und rollen lässt Aber das mache ich irgendwann anders mal Das wird bestimmt lustig 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 Ja, okay Ich halte ja die Klappe So Eijachbrücke War auch hier ziemlich genau auf dem Geschwindigkeitslimit Ich möchte halt dieses Mal nicht drüber gehen Ich möchte mich einfach mal dran halten Vor allem bin ich auch schon wieder Boah Das wäre irgendwie cool, wenn es so Blitzen in Omsi gibt Wo man dann so geblitzt wird Ich finde das lustig So, was? So Also die Strecke hier zieht sich echt ganz schön krass Jo, schön feuch ich dich Wanns ruhig Boah Hier kommt ein etwas stärkere Kurser Hier machen wir an die Bremse So Schön, schön, schön Ganz vorsichtig und ganz sanft Hängt mir auch wieder einer hinten auf der Pelle So So Und hier kann ich wieder loslassen Vollgas Komm schauen Hier ist es wieder schön lang Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig Ich soll mal gucken, ob ich die Rückroute in einer Episode schaffe Ich habe ja noch 8 Minuten Keine Ahnung, ob ich das schaffe Weil wenn, dann könnte ich direkt schon die nächste Map ansetzen Ich bin auch über die Karnevalswochen im Urlaub Beziehungsweise Skifahren Und da kriegt ihr dann voraufgenommenes Material Das muss ich noch alles aufnehmen Also Da werde ich ja nicht so extrem auf Fragen und Kommentare eingehen Weil ich sie halt Über die Woche jetzt aufnehme Boah Der Baum hängt aber ziemlich auf der Straße Ach du Scheiße So Sind bedeutend Überm Geschwindigkeitslimit Ja, ich nehme das jetzt ganz genau Und dann locker wieder auf 80 beschleunigen Und aufpassen, dass man hier nicht über die Hügel da rechts drüber fährt Weil dann springt der ganze Luft Der ganze Luft in die Bus Warte mal Da stimmt irgendwas nicht Egal Ach Gott, da kommt wieder die ganze Scheiße aus meinem Gehirn Naja Ihr kennt mich ja Übrigens nochmal Vielen Dank für 90 Abonnenten Wir rauschen auf die 100 zu Ich muss mir schon jetzt schon irgendwas ausdenken Was wir dann machen Äh Ich weiß es noch nicht ganz Vielleicht mache ich so eine Community-Fahrt Von Omsi Oh Gott, ich bin schon wieder viel zu schnell Ich mache jetzt mal neutral rein Und lasse ihn mal laufen Ja, sagen wir es mal so Er beschleunigt Sind jetzt bei 100 Ja, also wenn der Motor weg ist Dann hat der auch was drauf, der Bus Ach du Scheiße Und da kommt die Ortseinfahrt Von jetzt kriege ich einen Gang nicht rein So Ach du Scheiße So, wer will denn jetzt alles raus? Komm Die Damen Die zwei Bayer-Zwillinge Ne, Ratio Farms-Zwillinge sind es Entschuldigung Naja gut, ist ja fast das gleiche So, das haben wir gerade schön Wie ein Zug vorbeifährt Leider habe ich das jetzt so blöd abgekattet Aber Was richtig schön gemacht Hier auch mit Busfahren Äh, mit Zugfahrten Da hinten sieht man den Flirt wegfahren Ja, die Fahrzeuge heißen Flirt Ich kenne mich zufällig mit sowas aus So Sägmühlenweg Dafür müssen wir hier rechts abbiegen Das war diese super enge Stelle So Und Vollgas Was dürfen wir denn hier fahren? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet Dummerweise Na gut, probieren wir mal aus Was geht Ah, da kommt der Gegenverkehr Sehr schön Hui Der hat zum Glück die richtige Lackierung Nicht wie ich Ich habe noch die Wiener Lackierung drauf Die kam so am nächsten Ich bin immer zu faul Die Lackierung mit zu installieren Naja Who cares You care, I know Äh, ja So, wir sind auch viel zu früh Ist egal Ich bleibe jetzt hier auf dem 80er Limit Ist ja schön gerade hier Kann man sich mal so zurücklehnen Ah Funktioniert das eigentlich? Okay, doch nicht Bei den Umsee Beim Umsee 1 konnte man da mit den Falltasten noch so ein paar Zentimeter hin und her damit gehen Wenn man den Tasten Äh, die Maus Den Mausmodus dran hatte So Schön sauber bremsen Ja, okay Jetzt hat der Pfosten mich hier gebremst Geht natürlich auch So ist es ja nicht Hallo Guten Tag Du nicht Gut, dann du nicht Du fährst scheiße Ich bin doch nicht mal richtig hingesetzt Wenn die sagte, du fährst scheiße Wenn du zu dumm bist zum Stehen Dann Sag Bescheid Dann schmeiß ich dich raus Dumme Kuh So, hier ist grün Meine Damen und Herren Wie Sie das sehen Das ist absolut grün Dankeschön Und weiter geht's Und ich fress hier schon wieder weiter Und ich muss drücken Jo Höfenrat Hals Ich glaub nicht, dass ich es schaffe Ich glaub's nicht Es wird zu eng Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit die Abstände hier sind Deswegen mach ich jetzt hier Balse Und dann gibt's den Rest in der nächsten Episode Und danach kommt dann die nächste Map Ich sag aber noch nicht, welche es ist So Dann vielen Dank fürs Zuschauen Von dieser Episode Wo ich ausnahmsweise mal ordentlich gefahren bin Und ja Ich würd sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann Tschürr